Das mit den lokalen und globalen Farben ist noch relativ einfach, aber wir werden uns jetzt einmal mit Bildern in Illustrator beschäftigen, also mit Pixeldaten. Und da werden Sie sehen, verhält sich Illustrator deutlich anders als InDesign und da ist Adobe auch noch weit weg, dass man hier wirklich von einem synchronisierten Farbmanagement sprechen kann. Wir fangen mal an und wir schauen uns zunächst noch einmal die Farbeinstellung an. Da erinnern Sie sich, hatten wir als Richtlinie Werte beibehalten, verknüpfte Profile ignorieren. Genau wie in InDesign. Jetzt klicke ich mal auf OK, lege eine neue Datei an und auch die im CMYK Farbmodus. Soweit alles noch ganz logisch. Ich möchte jetzt ein Bild in mein Illustrator Dokument laden und dazu habe ich zwei Möglichkeiten. Einmal über Bridge und einmal über das Menü platzieren und damit fangen wir mal an. Ich habe hier das Bild mit der Makrele und das beinhaltet das Profil ISO Newspaper, ist also ein Bild, das für die Zeitung gemacht wurde. Sie sehen, beim Bildimport über den Menübefehl Datei platzieren erkennt Illustrator, dass es hier ein Profil gibt und dass es eine Abweichung zu den Grundeinstellungen gibt. Illustrator schlägt nun vor, das eingebettete Profil zu löschen und auf dieses Bild kein Farbmanagement anzuwenden, also dieses Bild unverändert auszugeben. Und das gucken wir uns zunächst einmal an. Das Bild sieht jetzt zunächst einmal etwas zu hell und zu kontrastarm aus. Das ist auch richtig so, denn das Bild wurde ursprünglich gemacht für ISO Newspaper, also für den Zeitungsdruck. Wir haben es jetzt in Illustrator importiert und in Illustrator arbeiten wir mit dem Profil ISO Coated V2, also für den Bogen Offset Druck. Beim Import haben wir gesagt, kein Farbmanagement, bitte keine Farbveränderung und wenn wir ein Zeitungsbild unverändert im Bogen Offset drucken würden, dann würde es ja auch tatsächlich zu hell rauskommen. Also ist das, was Illustrator uns hier zeigt, vom Konzept her zunächst einmal richtig. Wir werden jetzt das Bild ein zweites Mal platzieren, wieder über den Menübefehl platzieren. Hier werden wir jetzt aber anwählen, eingebettetes Profil verwenden anstelle des Arbeitsfarbraums. Eigentlich dürfte hier nichts passieren, denn wir hatten ja zuvor in den Grundeinstellungen das Schlösschen drinne. Sie erinnern sich? CMYK-Werte beibehalten, eingebettete Profile ignorieren. Wenn ich hier aber eingebettetes Profil verwenden anklicke, ignoriert Illustrator die Richtlinie in den Grundeinstellungen und entscheidet sich danach, was ich beim Importmenü angebe. Sie sehen, das Bild wird jetzt auf dem Monitor deutlich dunkler dargestellt. Klar, er hat festgestellt, das Bild muss man von ISO Newspaper in ISO Coated konvertieren, sonst kommt es zu hell raus. Sie sehen also, Illustrator richtet sich beim Bildimport nicht nach den Richtlinien, die Sie in den Grundeinstellungen zugrunde gelegt haben, sondern er richtet sich nach dem, was Sie unter Platzieren im Platzierungsdialog ausgewählt haben. Wenn Sie nicht möchten, dass Illustrator in irgendeiner Art und Weise auf Ihre CMYK-Bilder Einfluss nimmt, dann müssen Sie einklicken, eingebettetes Profil löschen. Wenn Sie möchten, dass er bei Profilabweichungen reagiert und Farben in Bildern konvertiert, dann klicken Sie an eingebettetes Profil verwenden. Diese Einstellung überschreibt Ihre Grundeinstellungen, egal was Sie da oben angeklickt haben. Schauen wir uns nun einmal an, was passiert, wenn wir Bilder über Bridge platzieren. Ich kann Bilder genau wie in InDesign einfach aus Bridge in Illustrator hineinziehen. Sie sehen aber, was hier geschieht. Wir erhalten eine sehr seltsame Fehlermeldung. Beim Import über Bridge hat Illustrator scheinbar Probleme, auf das in dem Bild eingebettete Profil zuzugreifen. Er gibt hier an, als Quellprofil mehrere. Wir können jetzt erstmal anklicken, Farben bitte nicht konvertieren, Farbnummern beibehalten, also Werte beibehalten. Ich klicke mal auf OK und Sie sehen, was passiert. Obwohl wir angeklickt haben, Werte beibehalten, ist beim Import über Bridge das Bild in ISO Coded 4.2 konvertiert worden. Wir importieren das Bild ein zweites Mal über Bridge und wählen jetzt aus Konvertieren, Farbaussehen beibehalten. Und Sie sehen, auch hier wird das Bild konvertiert. Also egal, ob wir sagen Konvertieren oder Nicht-Konvertieren, es wird beim Import konvertiert. Solange Sie die Bilder nur verknüpfen, so wie wir das in InDesign auch machen, werden Sie natürlich nicht live im Dokument konvertiert, sondern auch erst bei der Ausgabe. Was wir hier sehen, ist vielmehr eine Vorschau, was wird passieren, wenn Illustrator diese Datei druckt oder in ein PDF ausgibt. Wir werden davon jetzt mal ein PDF machen und uns dann ansehen, ob diese Bilder auch im PDF in der Druckdatei, so wie hier angezeigt, konvertiert werden. Hier im PDF sehen wir tatsächlich, was Illustrator angezeigt hat. Das stimmt, er hat das erste Bild unverändert ausgegeben. Die anderen Bilder hat er bei der Ausgabe konvertiert. Die Konvertierung des zweiten Bildes, die ist durchaus okay, das war so gewollt, aber Sie erinnern sich, beim Bildimport über Bridge haben wir zwei verschiedene Optionen angeklickt und trotzdem beide Male ein konvertiertes Bild erhalten. Ich kann Ihnen daher nur raten, beim Bildimport über Bridge in Illustrator momentan Vorsicht walten zu lassen. Was passiert jetzt aber mit diesem Dokument, wenn ich das abspeichere und zu Ihnen schicke? Ich habe das mal gemacht, das Dokument mal gespeichert und jetzt schicke ich Ihnen dieses Dokument mitsamt der Bilder zu. Und Sie öffnen das Dokument. Sie sehen, beim Öffnen kommt auch hier eine Warnmeldung, genau wie in InDesign. Aber in InDesign kam die Warnmeldung einmal für das gesamte Dokument. Hier in Illustrator kommt die Warnmeldung einmal für jedes Bild. Denn Illustrator merkt sich nicht, was habe ich bei jedem Bild entschieden. Wann soll gelöscht werden, wann soll verwendet werden. Und jetzt wissen Sie überhaupt nicht, A, was ist in dem Dokument drinne, B, was wurde entschieden. Sie könnten eigentlich nur auf OK klicken und würden zum Schluss das Dokument natürlich ganz anders dargestellt bekommen als ich. Und auch im Druck würde bei Ihnen ein ganz anderes Dokument rauskommen als bei mir. Also fassen wir einmal zusammen, das Colour Management von Illustrator eignet sich hervorragend für Vektordaten. Auf den Import von Bildern in Illustrator sollten Sie, wenn irgend möglich, verzichten. Zeichnen Sie in Illustrator Ihre Logos, Ihre Grafiken und platzieren Sie diese in InDesign. Und in InDesign können Sie dann auch die Möglichkeiten des Colour Managements von InDesign für Ihre Bilder nutzen.